Ja, liebe YouTube-Freunde, jetzt habe ich meinen 311er geholt, um da den Brandler Kipper auf die Strasse zu ziehen. Ja, da hat der Fendt auch nicht gereicht. Der ist zu schmal bereift und der Wagen zu schwer. Wir müssen da noch einen zweiten Traktor holen. Dieser Brandner, der sitzt hier fest im Ackerland. Ja, jetzt kommt Verstärkung herangefahren. Jetzt wollen wir einmal schauen, was der Klaas Arion 540 kann. Der ist natürlich breit bereift. Ein schwerer, grosser Traktor. 140 PS. 140 PS. Ach du Scheisse! Der Klaas Arion hat nicht ganz gereicht, ne? Ja, nein. Jetzt hängen wir da zwei Traktoren vor und dann geht's hoffentlich. Der Klaas Arion 540 bekommt jetzt Verstärkung von 311er Cent. Ja, mit zwei Traktoren konnten wir den Brandner rausziehen. 08 rhythm 08 ruimte 08. Vielen Dank.